Seid gegrüßt, Wahrheitssucher! Halten Sie sich fest, denn dies schadet nicht nur erneut Megans und Harrys Ruf, sondern erschüttert auch ihr fragiles öffentliches Image völlig. Lernen Sie den unkonventionellen, mitfühlenden und familienorientierten Clan von Meghan und Harry kennen. Leider scheint es nach vielen Spekulationen über mehrere Monate hinweg so zu sein, dass Lille, die Geburtsurkunden ihrer angeblichen Tochter und der Status der EU-Staatsbürgerschaft nichts weiter als eine betrügerische List waren, die dazu gedacht war, die öffentliche Empörung zum persönlichen Vorteil auszunutzen. Dieser Doppelzinge-Geschwinde ging zu weit, da er ein unschuldiges Kind mitten in Visakonflikte brachte, was selbst von den gewalttätigen Normen der Gesellschaft nicht in Betracht gezogen werden kann. Wartet, Leute! Atme durch! Ich kann sehen, dass ihr von diesem Video begeistert seid. Ihre Begeisterung ist ansteckend und wir hoffen wirklich, dass Ihnen unsere Diskussion bisher gefällt. Aber bevor wir loslegen, möchte ich mir einen Moment Zeit nehmen, um meine Dankbarkeit für Ihre Liebe und Unterstützung auszudrücken. Es bedeutet uns hier am Kanal die Welt. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie noch mehr Liebe zum Ausdruck bringen könnten, indem Sie dieses Video liken oder uns sogar abonnieren, um unsere Mitgliederzahlen weiter zu steigern. Jedes bisschen hilft. Vergessen Sie auch nicht die Benachrichtigungsglocke. Mit einem Klick auf diese Schaltfläche bleiben Sie immer über alle aktuellen Rollnachrichten auf dem Laufenden, sobald diese veröffentlicht werden, genau wie wir sie täglich auf diesem Kanal veröffentlichen. Wie wir alle wissen, kann dieses Thema kontrovers sein, und Ihre ständige Zuschauerzahl ist von unschätzbarem Wert, da sie uns dabei hilft, die ungefilterten Fakten über Harrys und Magans betrügerisches Verhalten ans Licht zu bringen. Wir freuen uns über ihr einschalten. Lassen Sie uns ohne weitere Umschweife in das heutige außergewöhnliche Video eintauchen. Lass die Show beginnen. Auf geht's! Die führende Anwältin für Einwanderungsfragen, Melissa Chaban, enthüllte im GB News-Podcast, dass Lilly, die angeblich in den USA geboren wurde, aufgrund diplomatischer Umstände und Harrys Visum-Status nicht unbedingt ihre Staatsbürgerrechte garantiert. Seine Tochter mit Meghan könnte in eine Ausnahmekategorie fallen, in der ihr die legitimierte Staatsbürgerschaft verweigert werden könnte. Laut Chaban wird diese Situation vom Anwalt als sehr interessant und einzigartig angesehen. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Diese beiden Betrüger geben vor, dass ihnen mit Gefühl im Herzen liegt, während sie möglicherweise jahrelang das gesamte legale Einwanderungssystem Amerikas betrügen, um die Staatsbürgerschaft zu erlangen. Sie versuchen uns zu täuschen, und es wird noch schlimmer. In den Betrug mit gefälschten Geburtsurkunden sind nun unschuldige Eltern des Kindes verwickelt, wettete Lilly. Es ist möglich, dass diesen vertrauensvollen Eltern etwas Schändliches von Meghan und Harry versprochen wurde, die unverzeihliche Fehler gemacht haben, die anderen nur aus persönlichem Vorteil schaden. Mein dringender Rat an die Mutter der echten Lilly, die vielleicht gerade jetzt inmitten der möglichen Verwüstung hört, ist einfach. Es ist an der Zeit, den Schleier des Schweigens über alle Geheimnisse oder Hinterzimmer-Dates zu durchbrechen, die dazu geführt haben, dass ihr Kind unter zweifelhaften Zusicherungen von Meghan und ihren Mitarbeitern vermietet wurde. Die Folgen könnten katastrophal sein, wenn der US-Status der jungen Lilly ohne Rechenschaftspflicht dieser doppelzüngigen Person gelöscht würde. Lassen Sie nicht zu, dass sich dieses Albtraum-Szenario entfaltet. Nehmen Sie nach solch unvorstellbaren Schrecken noch den ganzen Mut zusammen und suchen Sie sofort rechtlichen Beistand. Erläutern Sie detailliert, wie Meghan auf eine pathologische App-Session reagiert hat, während sie um jeden Preis an ihrem begehrten öffentlichen Image festhält, selbst mit notwendigen illegalen oder beschämenden Mitteln. Halten Sie vor allem Ausschau nach manipulativen Taktiken oder Einschüchterungstechniken, die von denjenigen eingesetzt werden, die in der hier beteiligten monolithischen SL-Maschinerie gegen ihre Sache arbeiten. Wenn andererseits festgestellt wird, dass kein verdecktes Leihmutterschaftsszenario vorliegt und Meghan tatsächlich beide Kinder zur Welt gebracht hat, wie sie öffentlich erklärt hat, wird es umso dringlicher, alle rechtlichen Schritte zu stoppen, die einen Widerruf bewirken könnten Staatsbürgerschaft von Harrys angeblicher Tochter. Wenn nicht bald dagegen vorgegangen wird, würde das daraus resultierende Chaos sein öffentliches Ansehen weiter schädigen und ihm nur noch wenige Aussichten auf Wiedergutmachung lassen.